Hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr das Plugin I Love You für Canary Mode installieren könnt. Ja, zuallererst geht ihr auf diese Seite und klickt hier drauf. Dann Datei speichern. Dann geht ihr in den Canary, in euer Canary Ordner und dann in die Plugins. Dann fügt ihr das Plugin da ein. Danach kopiert ihr den Namen und geht in die Serverdatei. Also Server.Property.Text. So, und dann sucht ihr Plugins da oben. Fügt es da einfach ein. Dann speichern und schon könnt ihr euer Server starten. Ja, wir sehen uns gleich im Game. Ja, jetzt sind wir im Game. Also ihr benötigt 8 Goldblöcke. Die platziert ihr genauso wie ich. Moosdome und Netherrack. Ja, und 4 Redstone Fackeln. Und dann platziert ihr auf das Netherrack. Hm, ja, ist Feuer. Ist Feuer. Ja, jetzt wird's Nacht. Und gleich steht Hero Brain genau mitten im Feuer. You are so finished. Was bei der 1.8.1 neu ist. Der dreht sich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der dreht sich mit ein. Ich weiß nicht, ob es bei der 1.7.3 auch so war. Ja, und weg ist er. Ja, wenn ihr danach die Welt erkundigt, werdet ihr Pyramiden und 2x2 Tunnel sehen. Tunnel. Ja, ich hoffe ich konnte euch helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ja, ich hoffe ich konnte euch schreiben. Vielen Dank.